Ahoi Matrosen! Ich befinde mich hier gerade unter Deck der Tortuga, die wir extra für euch und unsere Mitmarshow am 21.11. Schäden machen. Leider müssen wir euch schweren Herzens unseren Livestream absagen, aber nichtsdestotrotz sind wir weiter an unserem Album dran, das nächstes Jahr unter dem Namen The Flying Dutchman erscheinen wird und wir euch dazu noch einen Livestream anbieten werden. Und wie ihr wisst, steht Tortuga niemals still. Und aus dem Grund haben wir uns etwas richtig, richtig Schönes für euch ausgedacht. Unter dem Motto 6 Tage besinnen und 1 Tag gewinnen, könnt ihr ab dem 23. November bei unserem Tortuga Adventskalenderspiel teilnehmen, an dem es jeden Advent tolle Preise zu gewinnen gibt. Und wissen wir, was das Beste an der Sache ist? Die Gewinne haben wir extra für dieses Tortuga Adventskalenderspiel machen lassen, d.h. ihr findet es nicht in unserem Merchbestand. Deshalb fleißig mitmachen, einschalten und mitraten und gewinnen, und zwar an jedem Adventswochenende. Und wie das geht, das verraten wir euch ungefähr eine Woche vorher, und zwar unter www.tortuga-band.de, auf unserer Facebook-Seite, Twitter oder auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Tschaui! Da alumn! B's. B's. Bis deswarn. Bis zum nächsten Mal.